Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch mal nur ein kurzes Update geben zum Kanal, also zu den aktuellen Umständen und ja, fangen wir mal an. Also es kam ja jetzt länger keine neue Folge von DayZ oder GTA 5 oder sonst was oder vielleicht auch AMA 3. Das soll sich aber demnächst ändern, ich bin jetzt bald mit meinen Prüfungen in der Schule durch und kriege auch nochmal ein kleines Hardware-Update, da werde ich aber auch nochmal ein Video zu machen, denke ich. Und dann kommen halt wieder Folgen zu DayZ, AMA 3 und vielleicht auch GTA 5, aber wahrscheinlich erstmal lieber noch zu DayZ, AMA 3 und GTA 5, aber vielleicht auch noch Planet Sight 2, weil ich das gerade mal wieder angefangen habe mit dem Stefan zu spielen. Und vielleicht seht ihr dann da auch noch einige Gameplays oder auch Let's Plays. Und ja, also das wird jetzt so, naja, sagen wir mal so in zwei Wochen auf jeden Fall wieder richtig losgehen, denke ich. Vielleicht schaffe ich auch vorher ein paar Videos zu machen, aber ich denke mal so zwei Wochen dauert es noch. Und ja, dann werden auf jeden Fall Videos kommen und dann versuche ich halt täglich ein Video zu bringen oder halt auch in der Woche dann so drei, vier, wenn es Gameplays sind, wenn es Let's Plays sind, natürlich ein paar mehr. Ja, ja. So, das war's auch schon von diesem kleinen kurzen Infovideo. Ich hoffe, ihr seid jetzt informiert und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.